Janik Fäber, es war sehr erwartet, ein knappes Spiel. Ist es zum Schluss ein wenig Glück, wenn der Pöck gleich noch reingeht? Ja, es war definitiv ein glückliches Goal. Aber wir wussten, wer auch immer das Spiel wird gewinnen, es wird nicht ein schönes Goal gewesen sein. Ich glaube, wir haben beide sehr gut offensiv gespielt, wir haben beide sehr gute Goale. Es war nicht offensiv sehr aktiv von beiden Mannschaften, so hat man gewusst, es wird entweder ein grafen Fehler oder ein glückliches Goal sein, die am Schluss wieder einen Unterschied machen. Klar, wäre es schön gewesen, dass wir in dem Powerplay 5 Minuten mehr herbringen können oder wenigstens ein Momentum holen. Aber ja, am Schluss haben sie den Job erfüllt, dann haben wir gewonnen und jetzt liegt es an uns, dass wir eine Reaktion zeigen. Sie haben die 5 Minuten Powerplay angesprochen. Verleitet es manchmal, dass man zu passiv ist, weil man weiss, man hat 5 Minuten? Ja, es ist Play-Off. Sie wissen ganz genau, was wir machen. Wir wissen, wie sie Boxplay spielen und der braucht es zum Teil wenig. Ob es während dem Spiel hat, zum Teil hat es gut ausgesetzt, das Powerplay. Aber in diesen 5 Minuten ist leider nicht viel standgebracht worden. Und ja, das hat mir echt eine Sache zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.